Ja, ja, ja. Oh, du, ich muss Schluss machen. Ich bekomme gerade einen anderen Handy. Ja, gut. Gut, ciao, ciao. Hallo? Achtung, dies ist eine automatische Warndurchsage. Handys werden immer gefährlicher. Seitdem bekannt wurde, dass es das Mobilfilmfestival gibt, verselbstständigen sich viele Mobiltelefone und nehmen eigenmächtig Filme auf, die sie dann ins Netz stellen. Wenn sie das nicht wollen, sperren sie ihr Handy in die Schublade.